Ich lerne Deutsch Ich lerne Deutsch Jauču njemajzku Nummer 96 Nummer devianostu šišć Ich verstehe nicht, warum der Liefertermin des Autos schon wieder verschoben wird. Ich verstehe nicht, warum der Liefertermin des Autos schon wieder verschoben wird. Ne rozumiju, čemu znovu perenesli datos dači maschine. Endlich! Es hat geklappt. Ich wurde an der Uni angenommen. Endlich! Es hat geklappt. Ich wurde an der Uni angenommen. Endlich! Es hat geklappt. Ich wurde an der Uni angenommen. Endlich! Es hat geklappt. Ich wurde an der Uni angenommen. Im nächsten Monat beginne ich mein Sportstudium an der Uni. Im nächsten Monat beginne ich mein Sportstudium an der Uni. Im nächsten Monat beginne ich mein Sportstudium an der Uni. Ich freue mich für dich. Herzlichen Glückwunsch! Ich muss darüber nachdenken. Die Aufgabe ist nicht so einfach zu lösen. Ich muss darüber nachdenken. Die Aufgabe ist nicht so einfach zu lösen. Ich muss darüber nachdenken. Die Aufgabe ist nicht so einfach zu lösen. Ich muss darüber nachdenken. Die Aufgabe ist nicht so einfach zu lösen. Der Umsatz ist im vergangenen Monat um 30% gestiegen. Der Umsatz ist im vergangenen Monat um 30% gestiegen. Ich liebe es auf dem Wochenmarkt einzukaufen. Dort sind die Produkte immer frisch. Ich liebe es auf dem Wochenmarkt einzukaufen. Dort sind die Produkte immer frisch. Ich liebe es auf dem Wochenmarkt einzukaufen. Dort sind die Produkte immer frisch. Ich muss es mir gut überlegen. Will ich das wirklich tun? Ich muss es mir gut überlegen. Will ich das wirklich tun? Ich muss es mir gut überlegen. Will ich das wirklich tun? Ich habe mir heute besonders viel Mühe mit dem Kaffee gemacht. Ich habe mir heute besonders viel Mühe mit dem Kaffee gemacht. Ich habe mir heute besonders viel Mühe mit dem Kaffee gemacht. Ich habe heute viel Mühe mit dem Kaffee gemacht. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Warum hast du das getan? Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Warum hast du das getan? Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Warum hast du das getan? Es ist vorbei. Ich brauche meine Zahnspange nicht mehr. Es ist vorbei. Ich brauche meine Zahnspange nicht mehr. Es ist vorbei. Ich brauche meine Zahnspange nicht mehr. Das ist eine große Überraschung. Ich kann es nicht glauben. Das ist eine große Überraschung. Ich kann es nicht glauben. Das ist eine große Überraschung. Ich kann es nicht glauben. Das ist eine große Überraschung. Ich kann es nicht glauben. Kann Lisa morgen auf dem Wochenmarkt Erdbeeren kaufen? Ich möchte einen Erdbeerkuchen backen. Kann Lisa morgen auf dem Wochenmarkt Erdbeeren kaufen? Ich möchte einen Erdbeerkuchen backen. Kann Lisa morgen auf dem Wochenmarkt Erdbeeren kaufen? Ich möchte einen Erdbeerkuchen backen. Lass mich mit deinem Gerede in Ruhe. Ich möchte die Sonne genießen. Lass mich mit deinem Gerede in Ruhe. Ich möchte die Sonne genießen. Lass mich mit deinem Gerede in Ruhe. Ich möchte die Sonne genießen. Zahlechte meine Naodinzizii swojejo Rozmouwoju. Ja hocchunasolodžuvatysi soncem. Ich muss dir etwas erzählen. Gisela hat schon wieder Ärger mit dem Chef. Ich muss dir etwas erzählen. Gisela hat schon wieder Ärger mit dem Chef. Ich muss dir etwas erzählen. Gisela hat schon wieder Ärger mit dem Chef. Ich habe gerade etwas Wichtiges gelernt. Ich werde es mir merken. Ich habe gerade etwas Wichtiges gelernt. Ich werde es mir merken. Die Pflanzen brauchen dringend Wasser. Ich muss sie gießen. Die Pflanzen brauchen dringend Wasser. Ich muss sie gießen. Die Pflanzen brauchen dringend Wasser. Ich muss sie gießen. Rosslinam terminowo potriebna Woda. Ja maju ich politi. Was möchtet ihr heute besonderes tun? Wir haben den ganzen Nachmittag Zeit. Was möchtet ihr heute besonderes tun? Wir haben den ganzen Nachmittag Zeit. Was möchtet ihr heute besonderes tun? Wir haben den ganzen Nachmittag Zeit. Was möchtet ihr heute besonderes tun? Wir haben den ganzen Nachmittag Zeit. Meine Oma ist immer da, wenn ich sie brauche. Meine Oma ist immer da, wenn ich sie brauche. Moja Babuся zawsze porutscht, коли wona mene potriebna. Ich habe die Zeit vergessen. Ich sollte schon vor zwei Stunden zu Hause sein. Ich habe die Zeit vergessen. Ich sollte schon vor zwei Stunden zu Hause sein. Ich habe die Zeit vergessen. Ich sollte schon vor zwei Stunden zu Hause sein. Ja zabuv час. Ja mav bote vdoma dwie hodini tomu. Darf ich heute bei Susanne übernachten? Ich möchte so gerne dorthin gehen. Darf ich heute bei Susanne übernachten? Ich möchte so gerne dorthin gehen. Ich bin schon früh auf dem Sportplatz und warte auf den Rest des Teams. Ich bin schon früh auf dem Sportplatz und warte auf den Rest des Teams. Meine Enkelkinder kommen so oft wie möglich mit. Meine Enkelkinder kommen so oft wie möglich mit. Die Kinder haben Spaß daran, Seifenblasen zu machen. Die Kinder haben Spaß daran, Seifenblasen zu machen. Die Kinder haben Spaß daran, Seifenblasen zu machen. Die Tevasse lo lebt mit muelni bulbaske. Hier ist es sehr wackelig. Ich hoffe, dass ich wieder sicher runterkomme. Hier ist es sehr wackelig. Ich hoffe, dass ich wieder sicher runterkomme. Ich kann mich nicht sofort entscheiden. Ich muss erst darüber nachdenken. Ich kann mich nicht sofort entscheiden. Ich muss erst darüber nachdenken. Ich kann mich nicht sofort entscheiden. Ich muss erst darüber nachdenken. Ich muss erst darüber nachdenken. Mein Make-up ist fertig. Ich muss nur noch meine Haare stylen. Mein Make-up ist fertig. Ich muss nur noch meine Haare stylen. Ich habe die Schubkarre angestrichen und bepflanzt. 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 Lass mich in Ruhe. Ich will nichts davon hören. Du gehst mir auf die Nerven. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Ich habe meine Haare gefärbt. Gefällt dir die Farbe? Ich habe meine Haare gefärbt. Gefällt dir die Farbe? Ich habe meine Haare gefärbt. Gefällt dir die Farbe? Hier ist deine Geburtstagstorte. Willst du die Kerzen ausblasen? Hier ist deine Geburtstagstorte. Willst du die Kerzen ausblasen? Hier ist deine Geburtstagstorte. Willst du die Kerzen ausblasen? Ich teile den Käse in zwei gleiche Stücke. Ein Stück wiegt etwa 100 Gramm. Zahnspangen sehen gut aus und stören mich überhaupt nicht. Zahnspangen sehen gut aus und stören mich überhaupt nicht. Zahnspangen sehen gut aus und stören mich überhaupt nicht. Brackete für meine Zübchen sehen gut aus und stören mich überhaupt nicht. Diese Treppe führt eine Düne hinauf. Von oben kannst du das Meer sehen. Diese Treppe führt eine Düne hinauf. Von oben kannst du das Meer sehen. Ich wähle das Gemüse für unsere Mahlzeit aus. Es ist alles aus dem Bioladen. Ich wähle das Gemüse für unsere Mahlzeit aus. Es ist alles aus dem Bioladen. Ich wähle das Gemüse für unsere Mahlzeit aus. Es ist alles aus dem Bioladen. Ich wähle das Gemüse für unsere Mahlzeit aus. Es ist alles aus. Es ist alles aus dem Bioladen. Es ist alles aus. 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 Ich bin fremd in dieser Stadt. Ich finde keinen Parkplatz. Ich bin fremd in dieser Stadt. Das ist nicht der richtige Job für mich. Ich brauche Hilfe beim Putzen. Die Familie wird größer. Jedes Jahr gibt es mehr Geschenke. Die Familie wird größer. Jedes Jahr gibt es mehr Geschenke. Die Familie wird größer. Jedes Jahr gibt es mehr Geschenke. Sämia stähevse bilshoju. S goznym rokom podarunkiv stähevse bilsche. Ich habe beim Tischfußball gewonnen. 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 Im Sand liegt gelbes und rotes Plastikspielzeug. Jövti ta черvoni plastikowii igraški ležat na pisku. Komm mit zum Spielplatz. Wir gehen auf die Schaukel. Komm mit zum Spielplatz. Wir gehen auf die Schaukel. Komm mit zum Spielplatz. Wir gehen auf die Schaukel. Chodimo simnoio na detiacei majdanček. Idemo do hojdalok. Ich verziere den Lebkuchen mit den Farben der Ukraine. Ich verziere den Lebkuchen mit den Farben der Ukraine. Ich verziere den Lebkuchen mit den Farben der Ukraine. Die Arbeitszeit wird mit einer Stoppuhr kontrolliert. Die Arbeitszeit wird mit einer Stoppuhr kontrolliert. Die Mutter unterstützt Eva beim Skateboarden. Die Mutter unterstützt Eva beim Skateboarden. Wir haben nur noch ein Zimmer mit Balkon frei. Soll ich es für Sie reservieren? Wir haben nur noch ein Zimmer mit Balkon frei. Soll ich es für Sie reservieren? Möchtest du morgen mit mir das Innere der Kirche besichtigen? Sie sagen, sie ist sehr schön. Möchtest du morgen mit mir das Innere der Kirche besichtigen? Sie sagen, sie ist sehr schön. Möchtest du morgen mit mir das Innere der Kirche besichtigen? Sie sagen, sie ist sehr schön. Ich bin der einzige Gast im Restaurant. Ich habe eine große Pizza bestellt. Auf der festlich gedeckten Tafel stehen zwei Gläser Rotwein. Auf der festlich gedeckten Tafel stehen zwei Gläser Rotwein. Auf der festlich gedeckten Tafel stehen zwei Gläser Rotwein. Auf der festlich gedeckten Tafel stehen zwei Gläser Rotwein. Wir sind am Meer, jeder von uns hat ein anderes Eis im Hörnchen. Wir sind am Meer, jeder von uns hat ein anderes Eis im Hörnchen. Wir sind am Meer, jeder von uns hat ein anderes Eis im Hörnchen. Wir sind am Meer, jeder von uns hat ein anderes Eis im Hörnchen. Ich muss das Paket noch verschließen. Hast du das Adressetikett geschrieben? Ich muss das Paket noch verschließen. Hast du das Adressetikett geschrieben? Ich muss das Paket noch verschließen. Hast du das Adressetikett geschrieben? Ich will nicht fotografiert werden. Verschwinde mit der Kamera. Ich will nicht fotografiert werden. Verschwinde mit der Kamera. Ich will nicht fotografiert werden. Verschwinde mit der Kamera. Ich will nicht fotografiert werden. Verschwinde mit der Kamera. Auf der Abschlussfeier springen wir alle gleichzeitig in die Luft. Auf der Abschlussfeier springen wir alle gleichzeitig in die Luft. Auf der Abschlussfeier springen wir alle gleichzeitig in die Luft. Ich bin gleich im Büro. Der Kunde muss noch etwas warten. Ich bin gleich im Büro. Der Kunde muss noch etwas warten. Ich bin gleich im Büro. Der Kunde muss noch etwas warten. Das Auto hat ein Problem mit den Bremsen. Ich kann es nicht reparieren. Das Auto hat ein Problem mit den Bremsen. Ich kann es nicht reparieren. Das Auto hat ein Problem mit den Bremsen. Ich kann es nicht reparieren. Ich bin klänter in einer Hotelbar. Ich bin klänter in einer Hotelbar. Ich halte den Vollmond in meiner Hand. Ich habe die Scheidung eingereicht. Du darfst es aber niemandem erzählen. Ich habe die Scheidung eingereicht. Du darfst es aber niemandem erzählen. Ich habe die Scheidung eingereicht. Du darfst es aber niemandem erzählen. Unser LKW passt nicht durch das Tor. Wir müssen umkehren. Unser LKW passt nicht durch das Tor. Wir müssen umkehren. Unser LKW passt nicht durch das Tor. Wir müssen umkehren. Ich bin sehr glücklich, dich kennengelernt zu haben. Ich bin sehr glücklich, dich kennengelernt zu haben. Ich möchte das überflüssige Fett am liebsten mit der Schere abschneiden. Ich möchte das überflüssige Fett am liebsten mit der Schere abschneiden. Ich möchte das überflüssige Fett am liebsten mit der Schere abschneiden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichten können. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann kannst du mir ein Video für dich veröffentlicht. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann kannst du mehr Videos für dich veröffentlicht. Ich möchte das überflüssige Fett am liebsten mit der Schere abschneiden.